Ah, vielleicht auf den anwenden, wenn er zusammengerollt hat, das Einmachglas. Ich weiss auch nicht wieso, aber... Nein, äh, ja, auf den, auch nicht. Mann, ich kann es doch gar nicht anwenden. Das ist doch eine Verarschung, Sondergleichen hier. Vielleicht noch mal den Schalter betätigen, wenn ich weiss, zu was er gehört. Der Strunkkabel geht hier entlang. Nein, 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 lauf runter, kleine Motte. Äh, kleine Kackalage. Hier entlang. Ah, das ist einfach der Ventilator, okay. Nichts Spezielles also. Ah, vielleicht bekomme ich die Musik. Die muss ich doch irgendwie überbekommen können. Vielleicht kann ich die Musik einfangen. Hä? Ich muss den in die Girlande verkleiden. Ah, in der Box. Wie bekomme ich den? Ich muss den irgendwie mitnehmen. Ah, oder wenn der sinkt, irgendwas machen. So, nein, 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 nein. Probieren wir das nochmal. Also, jetzt haben wir einen neuen Anhaltspunkt. So, was für Komme... Ah, jetzt haben wir den Schal. Okay, die Girlande. Okay, check, 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 check. Hier kommen wir draussen. Das müssen wir aufheben. Das ist aber gemein, wenn wir den alten Sack jetzt so in die Girlande einwickeln. Nicht? Es tut mir leid. Dann zünde ich dich halt an. Auch nicht. Warte, wieso will ich den? In die Girlande einwickeln? Das ist ja die andere Frage. Ah, ist das überhaupt der? Nein, das ist nicht der. Sorry, dude, dass ich dich einwickeln wollte. Ähm, welcher ist das? Ah, ich selber? Nein. Vielleicht, äh... Ah, okay. Probieren wir jetzt, alle Leute einzuwickeln. Fangen wir an mit dem hier. So, äh, bei dem könnte man es auch mal noch vorstellen. Nein. Der auch nicht. Ah, wie soll ich den hier einwickeln? Ah, wie soll ich den hier einwickeln? Schau, auch nicht. Schau, auch nicht. Hm. Äh, wie wollen wir denn einwickeln mit dem? So, wie soll ich den hier einwickeln? Da, du darfst den Schalter betätigen. Vielleicht die verdammt Motten? Nein. Hm, hm. Mh. So, was machen wir jetzt denn mit dem? Was machen wir mit der Geerlande? Den können wir an- und abstellen, das bringt nichts. Den lassen wir mal ab. Weisst du was, ich umwickele jetzt dich mit dem. Was ist denn da für ein dummer Hebeis? Ah, welches Viech ist das? Es hat mehrere Hände und wir müssen ihn einwickeln. Ach du schreckliches Ding, das ist schwer zu ziehen. Ah, okay, so. Bravo, bravo. Ich habe das Geschenk verpackt. Können wir mit der singenden Labertante... Ich gebe sie mal Ehre, weil er sie so gerne hat. Hey, schau mal ein Geschenk. Das führt zu Aufstand, ich spüre es kommen. Ah, jetzt können wir wieder mit denen spielen. So werden wir nie gewinnen. Aber warte, wir können jetzt mit dem... Ah, okay, jetzt macht alles Sinn. Was, wieso? Wieso nicht? Fick dich doch. Ach, ich habe nicht... Vielleicht können wir mit dem nochmal so gewinnen. Auch, es macht schon ein wenig mehr Sinn. Wir können jeden von denen jetzt so austräutzen. Der fliegt hoch, weil ich nicht anders kann. Und wir schauen jetzt schnell unter die Dings. Okay, jetzt wissen wir schon, wo er ist. Schau. Ha, richtig, gib mir Schokolade. Oh, was ist das? Was? Ein Duschkopf. Ein fucking Duschkopf. Was will ich mit einem Duschkopf? Irgend einmal auf den Kopf fallen? Da gibt es nichts, um runter zu fallen. Ähm... Aber wieso das nicht funktioniert, das würde ich gerne wissen. Ich bin nicht schnell genug, um dem Schokolade zu gehen. um dem Schokolade zu gehen. Ah, doch! Nein, ich habe sie gesehen. Ist sie dort drunter gesehen? Ähm... Ähm, 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 wie soll das denn funktionieren? Ah, okay, ich muss... Ich kann sie so auswählen. Okay! Machen wir sie so. Gut. Tell me more! Unter welchem ist es? Unter dem, okay. Komm wieder hoch. Du kannst wieder schauen. Ich habe nachgeschaut. Ich sage, es ist unter dem. Ha! Richtig! Jihau! Ah, jetzt haben wir auch den Mantel. Sehr gut. So, jetzt kommen wir dem Captain... Oh, Captain, mein Captain! Gib dir den Mantel. Schau mal! Ja! Ja, 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 ja. Tschüss! Mich hast du darauf gefehlt, dass der ja Converse anhat. So, aber jetzt ziehe ich das an. Und das... So, jetzt sieht es schon recht überzeugend aus. Können wir jetzt durch? Wow, Mann, hör auf singen! Ah, nein! Meine Ohren! Was? Ich sehe doch so aus wie ihr. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Batterie! Ich brauche Batterie, die ich doch im Energy Drink drin hatte. Scheisse! Scheisse! Ich hoffe, der Energy Drink hat noch irgendjemand da oben. Der versifft den Boden. Nein! Sieht nicht aus! Ah, warte! Kann ich im Altar noch was... Schnappen? Nein! Oh, Captain! Du hast mir das Funkgerät gegeben, aber ohne Batterie. Was soll es mir von Nutzen sein ohne Batterie? Ich werde los sein. Ein Reim auf einen Reim, der den Reim genau gleich reimt, ist reimlos. Was für ein Schwachsinn. Äh, nicht blöd in die Gegend rumlaufen. So, wir haben immer noch Schokolade übrig. Was machen wir mit dieser rechtlichen Schokolade? Die sind eigentlich alle geschlagen. Ach, ich kann denen Schokolade geben. Hey! Nein! Nein! Ich kann... Ah, warte! Dort oben! Es sieht so... Als für den Schokolade bellen. Schau, kann ich es nicht auf mich selber anwenden. Hm... Lustig ist, dass wir die Fernsteuerung immer noch haben. Ah, warte! Können wir hier die Batterie vielleicht rausnehmen und in diesem einsetzen? Ach komm, das wäre doch eine gute Idee. Ach... Von was haben wir die Fernsteuerung noch, wenn wir die nicht mehr anwenden können? Ja, f*** doch! Ah, die trinken zwar alle Energy-Trinks. Kann ich vielleicht... Okay, den kann ich nicht drauf nehmen. Aber ich muss von denen eine Batterie klauen. Auf das kann ich das alles nicht anwenden. Ah, Wahnsinn! 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 Ich sehe doch schon fast aus. Ich bin so ein blöder Wächter. Aber... Aber... Was kann ich noch anklicken? Ich habe hier alles erledigt. Ich muss noch irgendwas auslösen können. Ich bin so ein blöder Wächter. Ich bin so ein blöder Wächter. Ich bin so ein blöder Wächter. Der ist weg mit seiner Schatztruhe. Ja, und da oben oben. Das haben wir alles erledigt. Ach, warte! Wir haben nur noch den Has übrig. Den Has, der irgendwie ist. Und da hinten, genau. Der Haas ist noch das einzige ungelöste Geheimnis, das wir einfach nur anschauen und uns verschrecken können. Also, Möglichkeit Fernsteuerung? Nein, will er nicht. Möglichkeit Schokolade? Ich glaube, wir können definitiv nur anschauen. Gibt es sonst nichts. Ok, dann gehen wir wieder zurück. Dann wollen wir den Weg gerade finden. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ah nein. So. Aber irgendwas muss ich übersehen haben. Hm, und zwar... Ich gebe dem Captain mal sein Funkgerät zurück. Dude, ich kann nichts damit anfangen. Kann ich ihm das andere geben? Nein. Mann, was soll ich denn hier noch tun? Sein blöde Buch haben wir schon angeschaut. Jawohl, das war einfach ein Hinweis. Der nützt uns eigentlich auch nicht mehr. Deshalb können wir nicht irgendwie Waffen schnappen. Aber jetzt... Ah, warte. Omi hat auch nichts Neues für uns. Spinnen Omi. Das sind alles Notpunkte zum Anschauen. Ja. Also, es ist irgendein Triggerpunkt, muss ich übersehen haben. Und welcher kann das nur sein? Und wie läuft sich der aus? Weil ich muss an eine Batterie kommen, aus diesen Trinks. Ich habe einen Schocki, das Funggrabe, die Batterie muss reingehen und die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung. Ich kann die Fernsteuerung nicht mehr benutzen, weil sie blöd ist. Die Fernsteuerung. Wieso nicht? Kann ich noch einen Schocki mit der Fernsteuerung kombinieren? Nein, das macht ja keinen Sinn. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Lass mich doch durch. Ich sehe doch fast aus wie er. Was fehlt denn noch? Wenn ich so etwas an könnte... Määääääää. Pa, 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 pa. Hei, hei, hei. Ich stand wieder mal auf dem Schlauch. Total. Machen wir doch noch mal eine kleine Verschlaufpause.